Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen liegen die Tageshöchstwerte gerade einmal bei 20 Grad. Mit viel Sonne starten wir in den Freitag. Gegen Nachmittag ziehen Wolken ins Sendegebiet, aus denen sich kurze gewittrige Schauer entladen können. Für das bevorstehende Wochenende gibt es traumhafte Aussichten. Am Samstag liegen die Maxi-Werte bei 24 Grad. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen. Nur am Nachmittag ziehen Wolken ins Sendegebiet. In den Abendstunden sind vereinzelte Schauer möglich. Der Sonntag wird aus heutiger Sicht ein traumhaft schöner Sommertag. 16 Stunden lang strahlt die Sonne bei Höchstwerten von 25 Grad von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Die neue Woche beginnt dann hochsommerlich. Bei strahlendem Sonnenschein klettert am Montag das Quecksilber bis auf rekordverdächtige 30 Grad.